Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid. Ich wollte euch mal nur einen kleinen Tipp geben, wie ihr heute Abend vielleicht euren Abend verbringen könnt. Wollt oder was auch immer ihr machen wollt. Grimsel macht einen Livestream heute mit seinem Mod Redeemers of Lucky Diamond. Echt nur zu empfehlen, mal reinzuschauen, kann ich euch empfehlen. Die Uhrzeit weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Hab schon ja vergessen, nachdem ich es sich mal schon gefragt habe. Aber ihr habt die Chance, euch das live anzuschauen. Ich glaube, ihr könnt auch mitzocken. Ich glaube, zu ähnlich war das. Ansonsten einfach hier seht ihr oben Twitch.tv slash Grimsei. Sein Name war anscheinend schon weg. Könnt ihr mal reinschauen. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.